yo servus leute was geht ab hier ist sony 30 900 und ich begrüße euch hier und heute zum ersten mal auf dem credit clan kanal und darüber freue ich mich sehr euch dieses commentary hier fort erzählen zu können oh my god war das scheiße ausgedrückt aber ist ja auch scheißegal und ja ich bin 23 900 bin auf youtube seit gut einer oder zwei wochen aktiv und ich werde auch in der schreibung verlinkt sein ja das war es auch schon im grunde zu mir nachher gibt es dazu noch was im späteren verlauf und ja das im hintergrund gibt es quad nuklear auf der map hijack mit einer 48er ganze und die schnellste triple nuklear fünf und zwölf oh mein gott damit kann man denke ich mal gerne pushen und ja ja ich habe euch heute mal zehn fakten von mir mitgebracht und ja ich fange dann direkt mal an fakt nummer eins ich bin ich bin sportlich ja ich bin sehr sportlich ich mache fußball und ice hockey und ja das macht mir relativ viel spaß und ich werde so sportlich auch einfach nicht aufhören weil es einfach das beste ist was es gibt und neben zocken hilft das auch manchmal nicht gerade der dickste mensch der welt zu werden ja ich bin absolut schulfaul ich werde niemals für die schule ich lerne ich lerne wirklich niemals für die schule mache ich immer nur das nötigste das heißt wenn mir was sagt dann mache ich auch wirklich genau das und nichts weiteres schreibt einen kommentare bei wem es genauso ist wenn ihr überhaupt noch zur schule geht wer sich das video anguckt und ja fakt nummer drei ich bin der absolut schlechteste cod spieler ja was soll ich dazu sagen ich bin der absolut schlechteste spieler ich kann nur sechs mann partys auf dem solo geht bei mir überhaupt nichts und ja ich bin jetzt ja genau fakt nummer vier ich bin jetzt seit einer woche auf youtube werde bald mit dem logani zwei mann kanal aufmachen link wird dann wahrscheinlich auch bald noch mal folgen auf meinem kanal und ja ich fand mal fünf ich bin der absolute ps4 es ist als playstation zocker allgemein ich habe von der ps1 bis zur ps4 alle beziehungsweise ps1 ps2 habe ich nicht mehr aber halt die ps3 die steht hier noch so rum und ja fakt nummer sechs hat nicht so viel mit zocken zu tun und zwar bin ich ein absoluter hipster kennt ihr diese leute die mit ihren longshots rumlaufen und rote schuhe bei mir ist es genauso nur ich habe einfach keine roten schuhe und ja aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimmer oder so fakt nummer sieben ich bin der der halt auch gerne mal stress anfängt und ja es war halt immer so ich hatte bisher immer irgendeinen klar mit dem ich immer stress angefangen habe und es interessiert mich auch einfach nicht ich brauche sowas einfach immer als ob ich biefen kann oder so spaß biefen halt weil bief kostet ja gewohnterweise immer nur 2,99 der alte joe grüße jeden raus an und ja was wir mal tun und ja fakt nummer 8 ich zocke immer mit den selben leuten es sind immer dieselben 6 beziehungsweise der eine oder andere wechseln immer hin und her mit dem anderen aber es ist halt einfach immer so fakt nummer 9 ich bin der unordentlichste mensch aller zeit ich bin sowas von unordentlich wenn man mal in mein zimmer guckt ähm klamotten liegen da mal rum mal da rum aber hauptsache kein müde da bin ich relativ früh rüber dass ich hier noch als messi abgestuhlt werde alles klar jungs und ja fakt nummer 10 ich dachte ich glaube hier kommt jetzt ein richtig krasser fakt weil es der letzte ist nein der letzte fakt ist dass ich einen bruder habe und ja ich hab einen bruder der nervt mich manchmal der zieht mir einfach manchmal was von meiner 16k leitung einfach einfach weg er fack mich damit einfach totes ab und ja ähm ja das war's auch schon vom video ich hoffe es hat euch gefallen wenn nicht dann nicht da kann man euch auch nicht mehr helfen und äh ja ja mein link zu meinem kanal ist in der Videobeschreibung genauso wie vom Gameplayerspieler und ja damit ein erfreundliches tschüss tschau und tschiio bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.